Ja, alle Infos zum LR Junior Manager, der wichtigsten Position im Vergütungsplan muss man sagen. Wichtige Erfahrungen, wie schaut es aus mit dem Verdienst, welche Punkte brauchst du und was kannst du konkret machen auf Social Media, damit du LR Junior Manager as soon as possible werden kannst, also die 14% Stufe. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi und im siebten Monat war mein Monatsumsatz bereits 210.000 Euro, ohne Freunde anzusprechen, ohne Partys zu machen und unterhalb findest du, unterhalb von diesem Video, meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen, so viel habe ich generiert. Der LR Junior Manager, warum habe ich gesagt, es ist die wichtigste Person im Vergütungsplan, du denkst dir, naja, es ist ja eigentlich die erste Position. Na klar, weil wenn du lernst, vielen, vielen Menschen zu Junior Manager zu machen, dann hast du gewonnen. Das ist Network Marketing und dann ergeben sich auch die nächsten Stufen Manager, Junior Manager, Teamleiter, Orgeleiter, Prose, Orgeleiter und so von alleine. Lass uns gleich einmal starten, Punkt Nummer 1, welche Qualifikationen brauchst du für den LR Junior Manager? Ja, der Junior Manager, dafür brauchst du 4000 Gesamt-PW, die Punkte und man kann circa sagen, bei 1000 PV entspricht das circa 700 Euro Verkaufspreis ungefähr. Also du brauchst 4000 Gesamtpunkte, allerdings auch 100 Punkte selbst, also sogenannter Eigenumsatz spricht man davon und dann ist wichtig die Linien. Also es geht nicht nur um die gesamten Punkte, sondern du brauchst, also eine Linie heißt, du hast einen Vertriebspartner, den du selbst akquiriert hast, das ist deine Erstlinie und hier brauchst du zweimal, zwei Linien mit 500 Punkten und du brauchst dann 2000 Restpunkte noch gegenüber einer Linie, die 4000 Punkte hat oder höher. Es hört sich ein bisschen schwierig an, aber ganz einfach, was der Punkt ist, du brauchst einfach wirklich Erstlinien. Ich selbst habe in zwei Jahren über 800 direkte solche Linien gehabt und dadurch habe ich nie ein Problem gehabt, im Marketingplan irgendwelche Stufen zu erreichen. So viel dazu. Eines noch, ich bin nicht LR Vertriebspartner, das was ich erreicht habe, habe ich nicht bei LR erreicht, aber bei einem vergleichbaren deutschen Unternehmen, also ich habe hier viel Erfahrung, ich war mal bei LR, aber ich habe dort versagt, weil ich mit dem falschen System gearbeitet habe, so viel muss man sagen. Punkt Nummer 2, wie konnte ich im ersten Monat 9700 Punkte erreichen? Also in dem Unternehmen, wo ich war, ist vergleichbar wie LR, es gab dort auch Nahrungsergänzungen, es gab Kosmetik, deutsches Unternehmen, über 20 Jahre am Markt. Ich habe im ersten Monat 9700 Punkte gemacht und ich bin eigentlich mit schweren Gepäck in diese Company gekommen, weil ich war 16 Jahre erfolglos. Ich habe LR ausprobiert, ich habe andere Firmen ausprobiert und ich habe an euch falsch gearbeitet, ich habe mit Namensliste etc. gearbeitet und ich möchte hier zwei Punkte mitgeben, die für mich entscheidend waren, um die erste Stufe damals im Marketingplan zu erreichen und die für dich jetzt wichtig ist, eben Junior Manager zu erreichen, schnellstmöglich. Das erste sind Textpostings. Es wird unterschätzt, die Macht von Textpostings, weil viele, viele denken, man kann nur Videos oder Live-Videos machen auf Social Media, auf Facebook und auf Insta. Mein Mikro ist etwas verbogen. Wenn du zum Beispiel ein gutes Textposting machst und damit meine ich jetzt nicht, dass du sagst, ich bin jetzt bei LR und das sind die Produkte und das ist der Marketingplan, sondern ich habe das Unternehmen gar nicht erwähnt. Das ist das Interessante. Also ich habe nie über das Unternehmen und die Produkte gesprochen, sondern ich meine Textposting, eine Frage zu stellen. Eine Frage zum Beispiel könnte sein, magst du mit deinem Facebook-Account Geld verdienen? Das ist natürlich schon eine Frage, wo ich sage, ist ein bisschen eine Grauzone, weil es natürlich schon sehr darauf abzielt, Vertriebspartner hier zu generieren. Du kannst aber auch andere Fragen stellen. Du kannst auch eine ganz normale Frage stellen, die gar nichts mit Network-Marketing und Geld verdienen zu tun hat und schaust dann, welche Menschen reagieren. Du stellst die Frage, die Leute geben eine Antwort mit einem Kommentar und dann gehst du auf die Menschen zu und sagst, hey, danke, aber im Messenger. Du sagst, hey, danke für deine Antwort zu der und der Frage. Ich bin gerade nicht dazugekommen, weil ich ein neues Business gestartet habe. Fertig. Und dann wirst du merken, die Leute sind neugierig. Das ist dieser FOMO-Effekt. Fear of Missing Out. Das funktioniert. Punkt Nummer zwei ist es, bevor du dieses Textposting machst, also wir sprechen hier wirklich darum, dass du schnell LR Junior Manager wirst, die 14% erreichst, dass du deine Freunde aktivierst. Also bevor du dieses Textposting machst, machst du eines. Du aktivierst deine Freunde. Was meine ich damit? Du hast jetzt vielleicht 2.000, 3.000, 5.000 Freunde auf deinem Facebook-Profil. Wenn du jetzt ein Textposting machst, sehen das die meisten nicht, weil wir haben das Prinzip der aktiven Freundesliste. Nur aktive Freunde, also die, die wirklich deine letzten Inhalte konsumiert haben, sehen auch die jetzigen. Und jetzt ist es wichtig, dass du einfach auf deine Facebook-App gehst, und ich warte ein bisschen nach, und auf die Freundesliste und ganz nach unten. Du wirst merken, diese Liste ist nicht alphabetisch sortiert, sondern nach Aktivität. Unten sind die inaktiven, oben die aktiven. Freundesliste, ganz nach unten gehen, und dann gehst du einfach auf das jeweilige Facebook-Profil von deinem Freund und schreibst einen Kommentar auf sein Profilbild oder Titelbild oder beides. Dann entsteht sofort eine Verbindung. Und das Interessante ist, Facebook zeigt deinen nächsten Postings all diesen Freunden. Das ist ein bisschen eine Arbeit, aber wenn du dann dieses Textposting machst, hast du einfach mehr davon. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte aber auf bequemere Variante LR Junior Manager werden, dann kannst du den Spieß umdrehen und eine Google-Funktion aktivieren. Also Textposting, Freunde, das ist ein aktiver Prozess. Du kannst aber auch sagen, ich möchte einfach, dass die Menschen zu mir kommen. Die Menschen, die jetzt auf Google nach LR suchen, die zum Beispiel auch sich interessieren, dass sie LR Junior Manager werden, die ziehst du dann an, indem du deine Google-Funktion aktivierst. Nachteil an der Funktion, sie ist nicht aktiv, standardmäßig. Du musst sie erst aktivieren, und das zeige ich dir unten in meinem Gratis-Kurs. Möchte ich dich jetzt einladen. Ja, wenn du wissen möchtest, wie kannst du wirklich die Menschen zu dir ziehen, wie kannst du das Maximum rausholen, um auch die nächsten Stufen dann zu erreichen, und wie habe ich es geschafft, im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz zu machen, dann komme ich jetzt in den Gratis-Kurs. Und ja, ich wünsche dir, dass du schnellstmöglich LR Junior Manager wirst. Und wie gesagt, es ist die wichtigste Position, wenn du viele bei LR zum Junior Manager machst, dann wirst du viel, viel Erfolg haben. Schön, dass du da bist. Rock it, bye bye. Ciao, ciao.